Mhhm, Metteleute, Zeppelin hier. Heute geht's um was, das mich persönlich einfach nur abfuckt und zwar, dass es mittlerweile einfach komplett normal und akzeptiert ist, dass Schüler Augenringe in der Schule haben, so. Das sollte nicht normal sein. Mittlerweile fast jeder Schüler, den ich in der Schule sehe, hat einfach irgendwie Augenringe und einfach Down-House die ersten paar Stunden. So, das ist einfach komplett schlimm und das sollte nicht einfach so akzeptiert werden. Das ist halt einfach nichts Gutes, aber trotzdem, keiner macht was dagegen. Es gibt irgendwie keine Aufklärungskampagnen, wie man besser schlafen kann oder irgend sowas. Jeder ist einfach quasi da und, ne, wenn du Augenringe hast, ist das ja dein eigenes Problem und das zieht bestimmt nicht deine Lernaufmerksamkeit runter oder so. Das kann dich bestimmt nicht beim Lernen stören oder so, wenn du müde bist, was ein toller Nebeneffekt ist, wenn man Augenringe hat. So, ich, ich hasse das. Ich möchte einfach nicht, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass irgendwie Schüler zum Teil schon in der Grundschule mit Augenringe in die Klassen kommen. So, das ist erstens heller und schön, zweitens heller und gesund und drittens, es ist einfach, es zeigt nicht wirklich eine gute Seite von der Schule. So, jede Schule will ich mal als Musterschule zeigen. Ja, dann tut vielleicht was dafür, dass eure Schüler nicht aussehen, als würden sie einfach gerade von einem harten Arbeitstag mit Überstunden zurückkommen. So, sorry wegen den ganzen Versprechern, ich bin dumm. Also, das ist einfach nicht mein Viel. So, ich möchte halt, dass die Schule ein angenehmer Ort ist, wo es angenehm ist zu lernen und du nicht einfach umfällst, wenn du da hinkommst. So, ich hab's ja persönlich auch. Ich penne locker mindestens dreimal die Woche im Unterricht ein. So, das ist halt einfach mittlerweile normal. Und viele kämpfen halt auch dagegen. So, mich juckt. Ich bin halt einer der Menschen, die es einfach nicht mehr juckt, ob sie einpennen, weil sie das so lange haben schon, dass einfach die Toleranzgrenze ganz unten ist. Und das sollte nicht so sein. So, ich, ich, ich verstehe es nicht. Naja, kann auch einfach nur ich sein, aber naja. Ich wollte es kurz raushauen. So, oder mal gesagt haben. Danke, dass ihr euch das jetzt gegeben habt. Bleibt toxisch. Leib abonniert mich. Disliket mich. Entwimmelt die Glocke und jetzt... Ja. Ja.